Musik Heute geht es für uns nach Bangkok. Wir haben jetzt gerade alles zusammen gepackt und schnappen uns jetzt ein Taxi und fahren dann erstmal zum Flughafen. Musik 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 Thank you Bye 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 Abendflieger und ab nach Bangkok. Wir sind mit die ersten im Flugzeug. Das waren wir noch nie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind gut in Bangkok angekommen. Wir warten jetzt auf unseren Weiterflug nach Krabi. Ja, da warten wir eine ganze Weile. Ja, wir übernachten hier. Aber das ist kein Problem. Der Flieger geht morgen früh um halb sechs bereits. Also wir haben nur ein paar Stunden Aufenthalt hier. Für heute haben wir uns überlegt, da das Ganze ja nicht so spannend ist, dass wir euch ein paar interessante Sachen noch... Es ist noch ein Smoothie. Jetzt, wo die Myanmar-Reise vorbei ist, haben wir gedacht, sagen wir euch, was wir am beeindruckendsten fanden oder am merkwürdigsten oder was uns, als wir das erste Mal nach Myanmar gekommen sind, die meisten Fragen aufgeworfen hat. Und wir haben die drei seltsamsten, merkwürdigsten oder interessantesten Fakten zusammengepackt, die wir euch jetzt heute gern sagen würden. Das erste, was einem wahrscheinlich auffällt, wenn man in Myanmar ankommt, ist, dass die Autos Rechtslenker sind. Zumindest die meisten. Aber nicht wie das dann üblich ist, dass die dann auf der linken Straßenseite fahren, fahren die hier in Myanmar auf der rechten Seite. Und das liegt daran, dass Myanmar ja früher eine englische Kolonie war und das 1970 auch links gefahren ist. Das heißt, alle alten Autos sind noch Rechtslenker und die haben erst 1970 umgestellt. Und wegen der Nähe zu Japan sind die meisten neuen Autos auch gebraucht wegen aus Japan, weshalb selbst heute noch die meisten Autos Rechtslenker sind. Ich glaube, das einzige Land, wo das so ist. Ich kenne kein anderes. Nö. Was auch aufgefallen ist, ist, dass vor allem Mädchen und Frauen sich eine Art weiße, beige Farbe ins Gesicht schmieren. Das machen auch manchmal Jungs. Die machen es sich allerdings nur auf die Backen. Die Frauen machen es sich ins ganze Gesicht und bis auch auf die Ohren sogar. Da spricht man von der Tanaka-Paste. Diese Paste wird aus Wasser und einer fein geriebenen Baumrinde hergestellt und die schmieren die sich morgens ins Gesicht. Und das Ganze soll kühlend wirken, vor UV-Tragung schützen und gleichzeitig als Make-up oder Anti-Aging-Creme dienen. Das ist hier also ganz normal. Das macht fast jede Frau. Ja, und du hast es auch mal machen dürfen. Und ich habe es auch gemacht. Und habe selber auch gespürt, dass es echt kühlend wirkt. Ich hatte einen leichten Sonnenbrand und es war total erfrischend. Total interessant. Als drittes und letzten Punkt, den wir noch rausgesucht haben, was uns besonders aufgefallen ist, war, als wir zum ersten Mal in Yangon in einem Teehaus saßen und auf einmal um uns rum die Leute immer so Kussgeräusche gemacht haben. Und da haben wir uns auch gefragt, was das Ganze soll. Und dann haben wir uns da auch mal belesen und das ist da gar nichts irgendwie vulgäres oder so. Diese Kussgeräusche, die sind dafür da, um der Kellnerin klarzumachen, dass man jetzt was bestellen möchte und dass man zahlen möchte. Also ganz normal in Myanmar, vor allem in Teehäusern. Und es hört sich aber super witzig an, weil ganz viele dann auf einmal so rumkussgeräusche machen. Habe ich natürlich gleich adaptiert und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mal in Deutschland ausprobieren. Ich kann nur noch sagen, was die Rede so lieb.